Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann kannst du eventuell auch ein Vortruf reichen machen. Habe ich vorne. Kannst du auch auf den Pisten da legen. Ich sehe, es gibt auch so ein Ärger, oder? Bisher ist alles. Nein, ich fahre jetzt irgendwie 100 Kilometer zum Einsatzort oder was? Ich hoffe, sie haben es gesehen, dass wir da geblendet haben. Nein! Naja, ich habe ja noch 200 Kilometer schon. Ja, reicht schon. Eins reicht nicht. Ist der 1 mit Blaulicht vielleicht dabei? Ja. Ja, sehr gut. Ich fahre nicht hin, weil das ist ja ein LF, oder? Entsprechend, ja. Ich weiß gar nicht, wie ihr Interesse recht ist. Ich habe ja keinen Empfang. So. Ja, fahre mal hinterher. Ich fahre mir einfach wieder zurückgekommen. Ich habe ja keinen Empfang. Ich fahre mir einfach wieder zurückgekommen. Ich fahre mir einfach wieder zurückgekommen. Ja. Naja, du hast da relativ gut Englisch. Ich lasse den halt, dass wir jetzt in Wanderbüller machen. Ja. Immerhin haben wir polnische Helme dabei. Nein. Oder? Oder du probierst Tschechien sogar hier. Ich glaube Polen. Ich weiß nicht, ja. Ich glaube die Seite war mit PL noch Polen, ja. Moment, da habe ich die gleichen Helme. Ja. Ja. Oh,ja. Das ist nur steckend. Wegen der Feuerwehr, da muss man das so. Sorry, aber ich muss jetzt mal sauer machen hier. Ich schnapp mal, wunderschön, wenn hier alles abbrennt, weil wir im Feuer sind. Ja. Ich weiß, ich bin komplett trocken. Ich weiß, ich bin komplett trocken. Okay. So lange bin ich auf die Autobahn auffallen, ist alles gut. Da kann ich nicht hinterher. Das könnte auch so eine andere Autobahn sein. Ich schnapp nicht ins Gognen aber ab 100 Euro auszugehen. Auch kıld gewisse полностью, dass wir wegsehen müssen. Lass uns erst mal ein Stück weit fahren, ne? Zwei. Das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das ist scheiße.